Der Freitag beginnt freundlich bei 4 Grad. Doch am Nachmittag fängt es bei 9 Grad an zu regnen. Und es wird stürmisch bei Windböen bis 75 Stundenkilometer. Dazu steigen die Temperaturen bis auf 12 Grad. Am späten Abend ist es somit milder als noch am Nachmittag. In der Nacht ist es stürmisch und regnerisch bei 10 bis 13 Grad. Frühlingshaft milde Temperaturen erwarten uns an Silvester. Bei eher trübem Wetter mit vereinzelten sonnigen Abschnitten steigen die Temperaturen bis auf 17 Grad. Der Neujahrstag wird freundlich bei Werten zwischen 8 und 14 Grad. Und am Montag wieder trüber mit freundlichen Abschnitten bei 8 bis 12 Grad.